What it really means to live like golden It will golden, it will golden Hey Leute was geht, Warnautan wieder am Start Heute mal wieder ein kleines weiteres Live Commentary zu World War 2 Auf der Map Flag Tower Und ja ich bin gespannt was jetzt hier so geht Weil die Map habe ich ja jetzt doch schon das ein oder andere Mal gespielt Und von daher sollte jetzt die Runde schon etwas besser verlaufen Wie die vorherigen Runden Habe mir jetzt auch mal hier so die Tarnung auf die Waffe drauf geklatscht Aber keine Ahnung die Tarnung die finde ich zwar passend zu dem Game Allerdings ich weiß es nicht keine Ahnung Ich finde die Tarnung auch irgendwie ziemlich langweilig Ich bin gespannt wie jetzt die Gold Tarnung und so weiter hier aussehen werden Ach scheiße ich hab vergesst den Schall einfach drauf zu machen So let's go Okay Leute wo war denn der Gegner Da hinten war er Schönes Ding Doch wir halten das durch Komm her Ah ja Okay 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 das da war knapp Das war sogar ziemlich knapp aber egal Leute was Nein Du räudiger Bastard Scheiße man Wir halten das nicht durch So So Na ja genau als ob Digga das gucke ich mir jetzt an Okay er hat den Schall einfach abgemacht Jo Jo alles klar Digga Wahrscheinlich holt er mich so Aber ich hab ihn nicht wegholen können Egal Scheiß drauf Nein Digga Okay 5 zu 3 Können natürlich auch besser sein Ja genau Digga Mir stehen zu dritt da Und er holt nur mich Was ist denn das Okay Nein Komm Ich spiele doch wieder auf 7 Da war mein Aim glaube ich irgendwie ein bisschen besser Habe ich das Gefühl Schönes Ding Nein Teammate Ups Okay 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 Nein Fuck Schade dass wir da jetzt gestorben sind Ansonsten war das nämlich ziemlich schön gemacht Denk ich mal Oder finde ich mal Auf das Fenster Jo ne So Okay da hinten war einer Nein als ob Digga Belastend Zack Ja Digga Als ob Als ob Wahrscheinlich Schönes Ding Nein als ob der jetzt nicht hierher kommt Oder als ob da jetzt keiner kommen würde Oh ja Digga Mann Ich hätte warten sollen Das ist mein Problem Ich habe immer dieses Absolute Timing Pech Digga Ich push immer genau dann raus Wenn ich einfach mal noch abwarten müsste Hehehe Oha Nein Teammate Hol ihn doch weg Mann Und das Pech Und das Pech habe ich auch ziemlich oft Dass mein Teammate in der Nähe ist Aber den Gegner einfach nicht wegnimmt Aus welchem Grund auch immer Das ist mal wieder schön hierhin jetzt Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft Och bitte nicht Loll Digga Wo sind die Gegner Ich bin doch gerade locker im Gegnerspawn oder Ja man Das war so klar No Nein Ich wollte eigentlich einen Hechtsprung machen Beziehungsweise mich da hinlegen Dann hätte er mich Nicht bekommen Oha Das ist aber knapp Och hör doch auf da Mann Digga Ja 15-12 Okay hauptsache mal noch Positiv Aber Nein Das ist aber belastend Wir verlieren die Runde auch Feindliche Vorräte entdeckt Unterbindende Nachschub Na oh mein Gott Hätte ich ihn geholt Hätte ich ihn geholt Wäre das wahrscheinlich Highlight geworden Naja Egal Schafft die Runde Hat euch trotzdem gefallen Auch wenn es wieder eine Niederlage war Und wenn es vom Score her nicht so extrem geil war Und ja Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich über ein Like Und ein Abo freuen Bis zum nächsten Mal Hau da rein Macht's gut Und Ciao